Hier. Ein Harry Potter Kostüm? Nee, das ist so ein... Hier, was die Richter brauchen. Das brauchst du jetzt, wenn du Jura studierst. Jura? Wie Jura? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich auch nicht. Wir hatten doch besprochen, dass du was anständiges studierst. Ja, ich werde auch was anständiges studieren. Ähm... Mama, Papa... Ich bin hier an der Volksbankschule angenommen worden. Ich studiere Musical. Ah! Dann ist doch der Hammer! Dann hat sich dich bei einem Starlight-Express. Das gibt mir doch gar nicht.